Ah, Globus. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Einer wird die Frage haben, wo befindet sich der Globus? Wir sind hier in der Bibliothek, die man unschwer erkennen kann. Das heißt, wir können die Gäste jederzeit rein und raus gehen, sich ein Buch nehmen. Und wir würden uns halt wünschen, dass wir das Buch dann am Ende der Kreuzfahrt wieder abgeben. Ist immer so ein Zwischending, manchmal haben wir mehr Bücher wie zu Anfang der Reise, weil Leute einfach das Buch da, das schleppe ich jetzt nicht mit heim. Es sind aber auch mal Bücher, die verschwinden, aber das ist einfach so ein Vertrauen den Gästen gegenüber. Hier kann man sich auch wunderbar zurückziehen.